Jo, herzlich willkommen zurück mit einem neuen Video und so habe ich heute ein Unboxing für euch nach dem Intro Und zwar Ghost von Call of Duty, oh yeah So habe ich das schon für 360, aber ich habe es mir jetzt nochmal für die One Cold Sieht gut aus, mal schauen wie die CD aussieht Jo, gut, gut Season Pass brauche ich nicht Jo Ich hoffe es hat euch gefallen, Like und Abonnieren nicht vergessen, bis dann